So, da sind wir wieder im Landwirtschaftssimulator mit einer Pause von ungefähr 0,5 Sekunden. Gleich mal eine Folge nach der nächsten, um möglichst effizient zu arbeiten. Ach, ähm, könntest du den hier da gerade mal kurz rausfahren? Dann kann ich da den Grubber reinstellen. Ja. Gut. Genau, ja, das mit dem Glas. Also ich kann nur sagen, dass ich todsicher keine vier Stücke gekauft habe. Ja, das wäre auch mit dem Geld, glaube ich, nicht hingekommen. Doch, das wäre mit dem Geld vereinbar gewesen. Aber ich habe mir ja noch andere Dinge gegönnt. Wie zum Beispiel ein Kartoffelvollernter, ein Rübenvollernter. Und das ziemlich unmittelbar nacheinander. Das finde ich hier schon mal... Das ist ja ungefähr eine Million, die ich da reingesteckt habe. Okay, da verstehe ich der Bank jetzt auch noch ein klein bisschen in Kreide. Aber... Ein klein bisschen. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich noch 200.000 Euro auf meinem Konto und ich stehe der Bank nicht mehr. Ich habe keine Schulden mehr, so. Drücken wir es mal so. Sehr gut. Was kaufst du jetzt eigentlich als nächstes? Ja, da bin ich noch am überlegen, ob ich den neuen Traktor nehme. Den Puma. Oder ob ich mir den gar nicht kaufe, sondern einfach noch dreimal den Case zurücksetze. Oder ob ich mir was anderes kaufe. Ich könnte mir den Big M kaufen. Ich könnte mir so viel kaufen. Den Deutz, der 60 fährt. Der ist bestimmt auch mal cool. Ja, das wäre jetzt schlecht. Ich hätte mal so einen Traktor, der richtig Power hinter... unter der Haube hat, aber ich denke, der Case ist auch nicht schlecht. Also, ich rede nicht vom Case aus dem Originalspiel. Ja, ja. Ich rede von dem Case-Mod für meine Zuschauer mal. Der sieht dann ungefähr so aus, wartet. Was ist der hier? Für 315.000. Wie viel kostet ihn? Warte mal kurz. Der große Case. Der kostet... 360.000. Na ja, okay. Aber ich finde den großen... Ich würde lieber den kleinen nehmen als den großen. Schon rein deshalb, weil ich Knicklenkung gar nicht fahren kann. So Knicklenkung kann ich irgendwie gar nicht. Das ist das Einzige. Sonst finde ich den eigentlich auch ganz gut den großen. Aber lieber ein X720 als den Case, weil Knicklenkung ist nicht meins. Da werdet ihr mich nicht drum bringen. Also vielleicht irgendwann mal als Accessoire auf meinem Hof, wenn ich mal irgendwie zufällig mit Geld schwimmen sollte. Aber... Das ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. In absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Da wird jetzt Kadett wahrscheinlich wieder kommen und sagen, kannst du das überhaupt schreiben? Schaust du Kadetts-LPs an? Also, nur zwischendurch immer. Ja, ich habe neulich mal bei ihm mitgemacht. Da haben wir diskutiert über das Ursus-Add-On. Ja, gut, schlecht und alles. Ich habe ihn versucht zu überzeugen, dass es ja... Also wie sich Giants da gerechtfertigt. Dann ging es irgendwann auf den Punkt raus, dass es im Sinne der Menschheit ist, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld zu verdienen. Dann hat er gefragt, im Sinne der Menschheit, solche Wörter hier, kannst du das überhaupt schreiben? Ja. Dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe. Ja, was? Ich raue lieber nicht. Nein, im Sinne der Menschheit geschrieben. Ja, was? Ja, das ging dann ungefähr so. So. Ach so. Ob ich es denn überhaupt schreiben kann. Ich kümmere, ich muss nochmal schön... Ich muss nochmal schön stumm schalten. So, ist der fällig? Ah, nicht das öffnen. Hä? Sind hier jetzt für Errors drin. Ähm... Ja, ein Error, den ich selbst nicht entschlüsseln kann. Ist der fertig mit Zen? Ja, ist er. Ja, ist er. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal die Zeit auf. Ein klein... Ein wenig. Ein klein, ein wenig schneller. Ein wenig, wie der Fabian jetzt sagen würde. Die kann man zusammenklappen. Und am Hof fahren. Und dann sollten gleich hier die ersten Fälle reif sein. Oder die BGA fertig oder irgendwas, wo es was zu tun gibt. Weil Beschäftigung, daran mangelt es hier auf dem Hof ja nie. Ja, okay, ab und zu vielleicht ein bisschen, aber... Dadurch, dass wir jetzt die Grasfelder haben, und selbst wenn nicht geerntet werden muss, oder gesät irgendwas machen können, mangelst es ja inzwischen kaum noch an Beschäftigung. Den stelle ich jetzt hier einfach mal provisorisch hier ab. Hier jetzt eigentlich nicht, aber... Warum nicht? Hier noch um die Kurve. Und... So. Abgestellt. Und... Was machen wir unsere Felder? Das Grasfeld natürlich noch nicht fertig. Die anderen natürlich auch noch nicht weiter. Ähm... BGA. Das ist... 45%. 46, 47... Ja, das geht jetzt sehr schnell. Das ist klar. Die Grasfelder, dafür mache ich jetzt einfach mal... Ähm... Die Traktoren fertig. Ähm... Genau, das Same. Auftanken. Den Same, den kann man mal wieder die Mähwerke verpassen. So, die Kurs schlade ich jetzt mal noch keinen. Genau. Ich habe gerade hier die Zeit schneller gestellt, weil jetzt alles fertig ist. BGA dürfte man gleich machen können. Für die Graswirtschaft mache ich hier schon mal die Geräte bereit. Also... Also... Je nachdem welches Feld erst da fertig wird. Ich denke, ich werde jetzt erst trotzdem Feld 35 machen. Damit ich mal weiß, ähm... Wie das mit den Schafen hinhaut. Und den Futtertrögen. Also Feld 35 Kuhweide. Nicht, dass mich hier jemand falsch versteht. Wo ist eigentlich der Lade geworden? Der ist bei den Anhängern. Geparkt. Oh ja. Die Grasfäller sind... Ne, die sind noch nicht ganz fertig. Hm... Genau, da kann man mal auch irgendwas dranhängen an den Fend. Da hat ja gerade auch nichts zu tun. Da kann man genau... Da hängen wir jetzt den Ladewagen dran. Äh, 5 Kuhweide. So. Ladewagen. Wo bist du gerade? Ich stehe hier. Gut. Wärst du so nett und würdest den... ...einparken, den Hänger? Weil den brauchen wir ja gerade nicht. Mal gucken, ob ich schaffe. Komm, das schaffst du. Ja, wenn es wieder so anfängt, mega stark zu legen, dass ich gar nichts sehe, dann nicht. Aber ich denke schon, das passt. Der hier... Ach, weißt du was? Lassen gerade da stehen. Ich hänge da ein Glas dran. Und der Glas kommt hoch zum Feld 41. Also der Anhänger gerade hier stehen lassen. Ja, klar. Hochfeld 41. Äh, ja. Ja. Den Anhänger stehen lassen, nur den Traktor hätte es mitnehmen dürfen. Egal. Nicht schlimm. Der Traktor. Ich glaube, da hänge ich jetzt gleich den Schwader dran. Oder machst du das jetzt gerade schon? Bist du jetzt hier wieder mir zuvorkommend? Ah, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ähm, geh mal bitte kurz in den Glas rein. Ähm, ja. Ah, und jetzt hätte ich gesagt, drück nur den Pad Null. Naja. Ja, geh bitte wieder raus. Jetzt muss ich schauen, wie ich das Problem löse. Rechte Maustaste. Ja, ich... Das ist immer so eine Sache mit dem Glas. Das backt alles mal ein bisschen. Aber sonst ist ja ganz gut. Also... Ja, es ist ein bisschen... Ich wollte halt nur unbedingt ein Glas drin haben. Sonst hätte ich den jetzt auch gar nicht reingenommen. Aber ihr kennt mich doch. Wenn ich was will, dann... Setze ich das auch um. Ja, jetzt werde ich ja gerade von Curseplay überfahren. Da darfst du, wenn du Lust hast, den Schwader dranhängen. Wo steht er? Äh, bei dem Ballenzeugs. Im hinteren Schuppen, denke ich. Was meinst du jetzt mit Ballenzeugs? Ähm... Da ist doch der Schuppen mit den Anhängern. Ja. Und da hinten dran ist noch ein Schuppen. Ja. Da ist der Schwader. Achso, ich sehe ihn. Hier können wir mal Licht anmachen an der BGA. Wir kriegen jetzt wieder Geld. Auf gut Deutsch. Wir müssen uns jetzt überlegen, in was wir das Geld rein investieren. Ähm, genau. Ah, ich habe wahrscheinlich Wachstum noch auf langsam. Ja, langsam. Können wir mal schnell machen. Also, so ganz spontan würde ich sagen, Big M. So. Aber wenn ich es mir näher überlege, denke ich, Traktoren sind besser. Ich würde erst mal ein paar Traktoren kaufen. Bevor ich mich jetzt eines Big M aneigne. Weil im Prinzip bringt uns der Big M ja nichts Neues. Wir haben ja schon die Mähwerke und alles. Und Schwader. Also, von daher gesehen, denke ich, dass jetzt erstmal ein Traktor was Besseres ist. Oder ein, zwei Traktoren. Dann kann man ja sich schauen, je nachdem, wie das Geld noch reicht. Wir haben da jetzt fast 100.000 noch drin liegen im Silo. Also, beziehungsweise, wir haben 86.000 drin. Je nachdem, wie das Geld reicht, können wir ja... Schauen wir mal, ob wir noch ein Kühlefass nehmen oder noch ein Feld kaufen. Welches Feld würdest du nehmen? Wenn wir uns unser Feld kaufen. Ja, das, was in Versteigerung kommt. Ja, hast du auch wieder recht. Apropos Versteigerung, wie sieht's aus mit dem Sonderangeboten? Ja, okay, immer noch die drei Stunden, acht Stunden. Enden die? Ach, das ist ja unser einreihiger Freund im Angebot. Ja, da ist immer noch immer ein Angebot, sagen wir es so. Okay. Wachsen Zuckerrüben langsamer als andere Dinge? Das Gefühl habe ich jetzt irgendwie gerade. Äh, rückwärts fahren, bitte. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich noch einen einreihigen kaufe. Weil er jetzt gerade im Angebot ist. Aber ich... Gänse mich durch, lassen wir lieber. Aber der Glas steckt im Verkehr fest. Noch mal neu. Und dann werden wir den hier mal entlassen. Den... Genau der hier. Ist das ein Glas? Nee. Den lassen wir auch. Und den Glas, der steckt im Verkehr fest. Den lassen wir auch kurz. Und umfahren den Verkehr. Auf unsere Art. Wenn du nichts zu tun hast, wärst du so nett und würdest noch einen Spader zur Kuhweide fahren. Kuhweide? Äh, zur Kuhweide. Das mache ich gerade. Okay. Oh, oh, oh. Das Geld fließt. Zeit anhalten. Okay. Klaas. 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 Oh, 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 oh. Alles zum Hafen. Wo ist mein Klaas? Entlassen. Und Weizen auch. Der muss jetzt wieder zum Hof zurück. Jetzt habe ich den schon mal vorsorglich hochgeschickt. Weil ich dachte, ich werde den brauchen. Muss ich ihn aber doch ganz hoch fahren. Und Klaas hat mal aus. Und dann werde ich ihn gleich wieder runter zum Hof schicken. Weil der hat den größten Hänger. Ist ganz einfach. Können wir jetzt fast einen Kurs aufzeichnen? Das muss doch alles zum Hafen, oder? Weiß Gott. Ich schaue mal kurz in PDA. Ne, ist nicht alles zum Hafen. Das eine ist beim Güterbahnhof. Schauen wir da was an Güter. Ja, wollte ich auch ganz sagen. Schon der Güterbahnhof hier. Beides mal 1,9. Das ist gut. Ich würde sagen, die Kohle fließt, oder? Ja. Ja, wann brauchst du immer noch mehr eigentlich? Äh, Raps. War im Moment 170.000 Euro Raps. 170.000 Euro Raps haben wir, ja. 170 Tonnen Raps. Und wir haben Weizen, 74 Tonnen. Also da sind wir eine Weile beschäftigt. Mit Wegfahren. Ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Den Part beende ich jetzt hier mal. Jo. Wir sehen uns. Tschüss.